So, willkommen zurück zu Minecraft Diesmal mit einem anderen Texture Pack Ähm, ich kann's ja auch mal nochmal in der Beschreibung Schreiben Welches das ist und Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, hier genau Keine Ahnung, aber ich bin drin und du bist draußen Hier Hier war Ja, hier waren wir schon, aber ich glaub Ich weiß gar nicht mehr warum ich jetzt drin bin und du draußen Ich glaub du hast wieder, ich glaub wir haben beide die Station geschafft Aber du hast wieder die Tür zu gemacht Hä? Oder so? Ja, es war doch schon viel früher, also viel später meinte ich Auf jeden Fall ist die Tür zu Ich weiß nicht warum, aber sie ist zu Guck dir doch den letzten Part einfach an, dann weißt du's Würde ich mal so jetzt ähm Hä? Ne, da war ich aber schon Ja, ich auch Ich hab aber ganz woanders die Tür Na, du laberst schon wieder, du laberst Hier, die Tür war eigentlich auf Die hast du, du bist auch innen drin Mach einfach auf War da nämlich schon Und hier sind wir nicht da abgekackt Das war doch Wo du dann hier Ja, aber als wir da abgekackt sind Das weiß ich nämlich auch noch Als wir genau hier abgekackt sind, war die Tür dazu Ne, ne, die hast du aufgemacht Das weiß ich 100% Ich guck nach, bis gleich So, hier sind wir wieder Die Tür war doch offen Also haben wir jetzt die Tür aufgemacht Ja, weil der kleine Sven sonst geweint hätte Richtig Stopp, ich muss einmal das Tech-Job-Pack ändern Machst du das jetzt gerade während der Aufnahme? Ja Oh Warum? I Oh Hä Oh, ach, was ist jetzt passiert? Ich könnte jetzt theoretisch cheaten und du würdest So Tech-Job-Pack geändert, wie man sieht Hallo Hallo Ich stehe auf einem Baum und du nicht Und In der einen Folge Da hab ich doch gesagt von wegen Ich guck mir das in der Aufnahme an Ob du da den Baum hochgeflogen bist oder nicht Bin ich auch nicht Oder du einmal von der Krone Einmal so schräg runter auf das Laub gefallen bist, weißt du? Ja Bin ich geflogen Und man hat sich gedacht, du bist geflogen, als du da wieder hochgegangen bist Weil die ganzen Blätter zwei hoch waren Hast du ein Blatt kaputt gemacht Hab ich gar nicht Wenn du da hochkommst Hab ich genau gesehen Hab ich gesehen, das ist ein Punkt für mich Bleh Gar nicht Na, aber sicher Ich labere nicht, sondern mach hinne Ich bin schon durch Und Es hat Chips Weil es kann Nein Runter gefallen Ich muss sagen, gerade ein bisschen Ey, du bist so grenzbegabt Das ist unglaublich Eben erst mal bei Battlefield schön 4600 Punkte Einer Schlacht Träum weiter Ist so Träum weiter Du doch nicht, ey Wetten Jeder, aber du doch nicht Jetzt auf dem Baum springen Da spielt ja mein Bruder wahrscheinlich besser als du Und der spielt schon in letzter Zeit Battlefield 3 Die ganze Zeit auf meinem PC Wetten, ich hab grad 4753 Punkte gehabt Ach komm, laber nicht und mach weiter hier Ist so Und selbst wenn, dann sind das immer noch nicht viel Meine Diamanten Ich war dritter Der noch Oh Was war da drin? Der da unten Drei Diamanten, alter Jetzt haben wir vier Das war ein komisches Geräusch Und schon wieder Und schon wieder Höhe Ist das eklig Cool, haben wir es jetzt geschafft? Geil Stage Wo ist ein Challenge 3? Drei Hier Hier ist Challenge 3 Der prickly desert Singleplayer is preferred for this challenge Spring jump is not allowed in this challenge Not recommend for multiplayer Das heißt Das heißt das Recom 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 Empfohlen Nicht empfohlen für Menschen Warum? Oh oh Ich mach es mal hier die Stage of Gehst du gerade an der Luft? Äh Slack Hä? Das ist gerade der überze Bug Ich kann den Tünen nicht aufmachen Äh? Wo bist du? Sag mal was Okay Das war nicht geplant Ich glaube jetzt Das mag ich nicht Du hast Hört sich gerade wieder elektronisch an Irgendwie Ich bin Gerne elektronisch Ich bin der Elektro man Jetzt bin ich hier runtergefallen Ja meine ich doch Dass du da die ganze Zeit Du standst genau hier In der Luft irgendwo Hey ich war schon da oben an der Tür Laber nicht ey Du Labertasche So jetzt ist es Und Multiplayer not recommended Das interessiert uns Scheiß Wir laufen einfach weiter Alter das ist schwierig Ach Quatsch Laber nicht Ah fuck Ist das schwierig Am letzten Ach hier kann man hoch Oh 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 Komm an Sag mal Oh 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 Hopp Ey was zum Alter es geht Da geht es im Multiplayer irgendwie nicht Mit den Kakteen Doch 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 Siehste Pam Hä wie hast du das gemacht Ähm Skill Weißt du das ist etwas was du nicht kennst Ah glaub ich weiß wie Ah Skill Nein ich hab ein Chip auf meine G15 gefallen lassen Oh Ach kacke Ein Mitleid Oh Oh Weil es so schön war nochmal Oh Oh ist gut jetzt Ey Oh Ups Sorry Ich will hoffen dass die Tür auflässt Ja okay So was steht hier Reminders Ist not Oh Sprintdump ist gar nicht erlaubt Ich hab's Nein Ich hab ein Verbrechen begangen Glaub ich So Ich hab glaub Sprintjump Gemacht Du bist so ein Warum machst du das auch Ähm Bei Kurgeln Er trinkt auch noch in der Wüste Wie sinnvoll ist das denn Ah Ha Bam geschafft Soll ich die Tür für dich aufmachen Nein Oh ich bin doch Ich hab noch gar nicht geschafft Das war gar nicht das Ende Scheiße Hier ist das Ende Na siehste Wo ist denn dann dran An der Leiter Nein Ach Bullshit Nein Ich muss Ich steuere da irgendwie nicht gegen Ich rutsche von der Leiter Irgendwie mal runter Gegensteuern Naja Es funktioniert nicht Wo ist denn jetzt dran Nein Wieso bist du denn wieder zurück auf die Leiter gesprungen Wo ich runtergefallen bin Bist du gerade geflogen Nein Hä Ich war irgendwie in der Luft Ja das weiß Hey ich komm da nicht hoch Du wirst gesprintet Du darfst nicht sprenten Jeder Regelverstoß ist ein Punkt für mich Hey kommt man nicht hoch Doch Ich schon Ich nicht Geht doch Geht ja Ich hab mir nichts gesagt Wo muss er jetzt hin Auf den Charaktor Nee du nicht Du daneben Aha Nee cool Ist der Ah Oh ich bin runtergefallen Gut dass wir die Tür aufgemacht haben Ich werde auch wieder in der Aufnahme gucken Ob du geflogen wirst Das gibt auch nochmal einen Punkt für mich Du weißt dass ich mir das aufschreibe Ne Ich bin ja nicht geflogen Nein ich werde es ja sehen Das dementiere ich Weil wie das heißt Wo muss er denn jetzt hin Oh nein ich bin an der Eisentür hier Oh Losung von einer Seite Hahaha 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 Oh my god I am so fucking evil Oh yeah Ja, man. What the hell? Why did you do that? Du kannst doch... Du hast doch nicht mal irgendwie... Hast du nicht mal so ein peinliches 10-Abonnenten-Special gemacht oder so? Ja, haha. Der war geil. Das war total behindert, ehrlich gesagt. Nee, 1000 Upload-Aufrufe. 1000 Upload-Aufrufe. Ach genau, 1000 Upload-Aufrufe, Alter. Oh mein Gott, das war so behindert. Ich wusste nicht, dass das nicht viel ist. Ich wusste schon, dass das nicht viel ist, aber... Für mich war es eine große Ehre. Und richtig 1000 Mal war ich... Also, wenn ihr mal jetzt an die Zuschauer mal gerichtet, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch mal das 1000 Upload-Special an von E-Mail. Das ist total behindert, ey. Ich komm noch nicht mehr hoch. Total behindert. Was hast du eigentlich gemacht? Gar nichts weiter, oder? Einfach nur so ein krüppliges THX oder so, oder? Ja, THX und halt 1000 geschrieben in Minecraft. Oh, wie geil. Du doch bist ja... Du kannst THX und 1000 schreiben in Minecraft. Warum mit Pistons hab ich was gemacht? Ja, aber das war ja nicht sonderlich viel. Das ist einfach nur so BÄM und das war's. Ja. Da hast du einfach geguckt. Mann, ich bin schon wieder runtergefallen. Nur als Riechen, das ist rutschig. Boah. Wie laut das ist, ey. Ich hab's erstmal leiser gemacht. Was? Ich hab's erstmal leiser gemacht bei mir. Das... Oh, oh. Ich seh nur durch die Wand dein Namensschild. Ach, sehr lustig. Mann! Tret mich schon wieder auf. Ah. No. Mwam. Ah. Ey. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ist ja lustig, wie du dich da übelst, abmühst, ja? Und ich stehe hier schon die ganze Zeit um was ich machen soll. So, hier, das ist ja einfach so. Ist dir mal aufgefallen, wie bei unserem ersten Letzt-Play, was wir zusammen gemacht haben, dieses It's Better Together, wie schlecht die Taunt-Qualität, das ist eine Mischung aus Ton und Sound übrigens, die Taunt-Qualität ist. Ja. Übel schlecht. Leise und alles irgendwie. Das hat echt übelst behinderte Sound-Qualität, ey. Ich sag dir das. Vergleich das mal mit heute, ja. Das hört sich an, als ob du die drei Jahre her bist oder so. Na, gefühlte drei Jahre. Ich bin echt. Ey, du hast geschafft. Wenn ich sehe, dass du geflogen bist, Wiederpunkt für mich, ne? Okay, ich bin geflogen. Wir müssen nochmal kurz bestimmen, was denn der Gewinner macht oder kriegt. Der muss ein Lied singen, das hochschönen. Nein, das ist schwul. Nein, der Verlierer muss ein Lied singen und hochladen. Und ich weiß schon, wer das sein wird. Du. Bei den ganzen Regelverstößen, die du schon gemacht hast? Bei den ganzen Punkten, die ich schon bekommen hab? Ein Gedicht über den anderen schreiben, wie toll denn ist. Mh, das ist gut. Und das dann musikalisch vertonen und hochladen. Okay, ja. Okay, machen. Du weißt schon, dass ich so mit geschätzt vier bis fünf Punkten schon führe, ne? Na, das ist aber... Ich freu mich schon über das Gedicht. Aber das darf nix, nix Negatives sein, ne? Nein, du hast... Das müssen wir auch alles. Sowohl, wenn ich verliere, darf ich nix Negatives über dich schreiben, und wenn du verlierst, nix Negatives über mich. Klar? Ja, klar. Klar, Sir. Okay, ich weiß schon, wie wir diese Episode nennen können. Die Wette. Okay. So, weiter geht's. Toll, die Wette gilt. Hammer. Och. Hast du mich geschlagen? Nein. Ich bin jetzt weggeflogen. Aua. Das wird schwierig, die Challenge hier. Ach, Quatsch. Labersch, ey. Oh, okay, das war nicht. Und ich krieg nochmal vier extra Punkte, weil ich vier Diamanten im Moment habe. Vier abgezogen nochmal. Vier abgezogen? Ich glaub, es hakt. Wieso sollte ich denn Diamanten abgezogen... Ach, was ist das denn? Alter, das geht gar nicht hier. Hau ab da. Nein. Ach. Ey, zu blöd, um eine Treppe hochzulaufen. Das ist eine Leiter. Du brauchst mir eindeutig zu lange, weißt du das? Du bist übrigens gerade wieder gesprintet. Gar nicht. Ich hab's gesehen. Hä, steht dir nicht, dass das verboten ist? Na, aber sicher. Sprintjump is not allowed. Ja, aber wo stand das denn? Ganz vorne hast du selber vorgelesen, in diesem Video. Ja, ganz vorne ist halt nicht für das alles, oder? Natürlich. Ja, ich bin jetzt.